Hey Leute, das ist ganz Höram. Willkommen bei WTN Germany. Hier zünden die Maskenräuber ihr Tatfahrzeug an. Es sind Szenen, die sprachlos machen und sie passieren mitten im schicken Kölner Stadtteil Marienburg. Ein Augenzeugenvideo zeigt die letzten Minuten eines Geldtransporterüberfalls am Freitagmorgen um 7.30 Uhr. Laut Polizei haben Unbekannte den Wagen an der Kreuzung Militäringstraße, Konrad-Adenauer-Straße überfallen und beschossen. Lesen Sie mit BILDPLUS, was danach passierte und sehen Sie Bilder, die ein Augenzeuge in unmittelbarer Nähe der Tat machen konnte. Thank you very much for watching our video. Thank you.